Ein bisschen öfter hier geschrien. Wieder hinten angestellt und nochmal hinten angestellt. Nee, ich stand doof in der Gegend rum. Also ich muss mich entschuldigen, ich habe total vergessen, muss ich ehrlich sagen, dass diese Farbe ausverkauft ist, als ich da gewechselt habe. Steht dir trotzdem. Dankeschön. Also diese Farbe Grafit ist nicht mehr erhältlich, aber was ich Ihnen zeigen wollte im Vergleich zu dir, Katharina, wir tragen ja die gleiche Größe, da wollte ich Ihnen zeigen, welche Körperunterschiede wir beide haben. Also ich schummel mit High Heels und Hochsteckfrisur, ich bin acht Zentimeter kleiner als Katharina. Ich habe eine größere Brust und mehr Bauchumfang. Dafür hat sie, glaube ich, einen Ticken, nee, weiß ich nicht. Wir sind einfach anders von den Proportionen her. So, wir beide tragen die gleiche Größe, meine Damen. Und jetzt drehen wir uns mal nach vorne oder zueinander am besten, wir haben Abstand genug. Sehen Sie diesen Unterschied hier, ich habe doch einen Tacken mehr. Und es steht alles. Ich mache dir Konkurrenz, junge Frau. Quatsch. Aber wir fühlen uns beide pudelwohl. Ich liebe Kathis Figur einfach. Und sie ist einfach mit diesem Design auch noch weiblicher. Ja, ja, Gott sei Dank ist es ja so, dass der Trend einfach dahin geht, meine Damen. An der Frau darf ruhig ein bisschen was dran sein, ja. Wir meckern immer. Die Männer stört das gar nicht, wenn wir weicher werden und Kuschelgriffe bekommen und was auch immer. Aber das ist wirklich hier für mich eine Sensation für Jung, Jung geblieben und bis ins hohe Alter hinein. Ja, und den passenden Slip dazu in schwarz, veredelt mit den schwarzen Trägern und den schwarzen Einstrickungen. Können Sie sich nicht schöner anziehen, meine Damen. Wenn ich den Slip jetzt rechne plus das Top einzeln, wenn ich das mal so in der Mitte alles teile, dann würde man hier 18,99 Euro, das Top, meine Damen, 18,99 Euro. Ja, ich würde ungefähr mit dem Schlöbber hier 12,50 Euro, ja, so bei 40 Euro liegen. Ne, 30. 30 Euro. Das ist die Hälfte von dem, was ich für ein BH bezahlen würde. Ja, und da habe ich aber nichts für den Poppes, da habe ich aber nichts für die Taille, da habe ich nichts für die Schönheit, da habe ich nichts fürs Wohlbefinden, da habe ich Bügel, da habe ich Polster, da habe ich einschneidende Träger, da muss ich ständig an mir rumzuppeln, ja, also rechnen Sie sich das mal aus. In Kombination mit dem Slips, ja, ist das der absolute Wahnsinn, was Sie hier wirklich für ein ganzes Komplett zahlen würden, wenn Sie die Slips dazu bestellen. Mega. Ja, und wir haben extremst volle Leitungen, 1120 Bestellungen sind jetzt entgegengenommen worden. Die 445411 ist die Artikelnummer. Da ist unsere Danni und Danni zeigt Ihnen, wie sie aussieht in diesem wunderschönen Top mit den Rokoko.